Achtung, Achtung! Dies ist eine automatische Ansage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie soeben von der NATO berichtet wird die Bundesrepublik Deutschland angegriffen. Im Bereich des Ruhrgebietes wird mit atomaren Einschlägen gerechnet. Bitte begeben Sie sich unverzüglich nach drinnen und suchen Sie falls möglich befestigte Kellerräume oder Schutzräume auf. Bitte nutzen Sie Ihre Radio- und TV-Geräte, um weitere Informationen zu erhalten. Dies ist keine Übung. Wiederhole, dies ist keine Übung. Ende der Durchsage Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020